Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die Österreichische Post und ich persönlich, wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr den zweiten Platz belegen konnten. Wir haben uns ja in den letzten Jahren vom Platz 10 jetzt auf Platz 2 abgearbeitet. Das freut uns sehr. An der Stelle möchte ich mich natürlich ganz herzlich bei unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bedanken für ihre tolle Leistung, die ja durch diese Platzierung honoriert wurde. Ich freue mich sehr, dass wir in unserem Kerngeschäft, in der Kerndienstleistung vor allem über Qualität und Kundenzufriedenheit Punkte gut gemacht haben, dass wir aber auch in angrenzenden Gebieten sehr viele Aktivitäten setzen mit unserer Online-Plattform Schöpping oder mit der Bank 99, die wir am 1. April gestartet haben. Ich glaube, das alles zusammen hat dieses runde und sehr gute Bild für die österreichische Poster geben und an der Stelle noch einmal herzlichen Dank und wir freuen uns sehr darüber und sind stolz.